Linguistik in 60 Sekunden Nr. 27 Was sind Text-Bild-Beziehungen? Text-Bild-Beziehungen funktionieren nach dem Prinzip der Multimodalität. Verschiedene Zeichensysteme werden zu einem syntaktischen, semantischen und funktionalen Gesamttext verknüpft. Die beiden Codes, also Sprache und Bild, ergänzen einander und gleichen Schwächen des jeweils anderen Mediums aus. Bei Text-Bild-Beziehungen sind prinzipiell zwei Lesrichtungen möglich. Entweder stellt das Bild als semantisch-dichte Ressource merkmalsreiche Objekte dar, die von der Sprache konkretisiert werden, oder der Text gibt die primäre Information. Das Bild wird entsprechend funktionalisiert, um die Textaussage zu illustrieren, zu verifizieren oder auch zu ironisieren. Bei dem Plakat auf der rechten Seite geht die Lesrichtung beispielsweise vom Bild aus. Das Bild wirkt zuerst und wird durch den Text um zusätzliche Informationen erweitert. Konkret wird hier über die Sprache eine Antiposition bezogen, denn auf semantischer Ebene wird das positiv konnotierte Konzept Freiheit dem negativ besetzten Konzept Angst gegenübergestellt, das mit Überwachung und Vorratsdatenspeicherung einhergeht. Auf rhetorischer Ebene liegt folglich eine Koordination der Zeichensysteme vor.